Na, ich geh einfach auf die drauf. Hab's denn was denn mit überlegen? Who's that Pokemon? It's... Wenn du keine neuen Champions rausbringst, dann verdienst du kein Geld mehr. Naja, Hearthstone macht das bei seinen Karten, wieso dann nicht auch LOL bei den Champs? Ja, Hearthstone, der bekannte und beliebte E-Sport-Titel. Ja, Hearthstone ist natürlich schon ein E-Sport-Titel-Extra-Vaganza, ne? Jetzt fang endlich an zu tanzen. Da bist du auf dem falschen Kanal, da gibt's andere. Da gibt's andere. Diana Open, ja, aber wir haben schon Double AP. Also ich glaub nicht, dass noch ein AP-Champion jetzt unbedingt gut reinpassen würde, oder? Das gibt den Gegner vielleicht ein bisschen zu leichte Möglichkeiten hier zu tragen. Wir beginnen für eine Runde Tristana. Für eine schöne Runde Tristana hier in dem Game. Man, Yasuo wäre auch eine Option gewesen, aber Yasuo gegen Wisin, auch Akali. Ich mein, Akali ist spielbar als Yasuo, auf jeden Fall. Tristana ist jetzt auch nicht so gut gegen Akali, ne? Fällt mir gerade erschwerend auf. Arcea sind doch super gegen Assassinen, das weiß doch wirklich jeder. Scheiße, Mann! Meint ihr, das ist Irelia Mitte? Ist das Irelia Mitte? Okay, wir gamblen. Wir gamblen rein, Leute. Wir gamblen rein. So. Was geht, Mann? Alles gut bei dir, Meister? Natürlich. Warte kurz und zack. Das ist der komplette Tile-U-Game hier schon wieder. Ei, 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 ei. Ey, du hast Amo dabei tatsächlich, ne? Ich habe immer mehr dabei. Ich dachte, ich bin gegen Akali tatsächlich, aber... Bist du gegen Akali? Glaube, dass Irelia top ist. Für mich sind beide Matchups fein, no problem, no problem. Irelia ist doch gut für dich, oder? Ja, sollte gut sein. Nur dachte ich eigentlich, dass die Irelia gepickt haben wegen Tristaner. Ja, das auch. Weil normalerweise pick mir Irelia nicht in Gangplank rein. Du kannst auch gegen die Akali gehen, wenn du möchtest. Nee, ich würde gern Top-Land spielen, oder? Wie liefen die Scrims heute? Bericht mal. Ja, wir haben heute... Also, wir haben Triouts gespielt. Das ist Triouts? Aber ihr spielt schon auch in einem alten Team jetzt am Wochenende, oder? Jein. Was? Ernsthaft? Also, Gilius spielt. Mit Limit nicht, oder was? Ist das schon offiziell, das mit Limit? Ähm... Ach, Scarface, in welches Illizid-Team wechselst du denn? Äh, nee, das kann ich ja schon sagen, dass ich bei Italk bleibe, ne? Okay, ja, dann ist... Dann habe ich mich ja geirrt. Oh, Mann, äh... Dann ist ja alles schon... Ich meine, jetzt ist es eh schon lost, ne? Nee, es ist tatsächlich offiziell. Also, musst du ja gar nichts machen. Ja, ist offiziell. Ist, äh, auf jeden Fall offiziell, aber lass nicht mehr drüber reden jetzt am besten. Der L-Game ist relativ fatt gegen Irelia, das Typ hier immer. Ja, ja, vor allem Level 2 muss ich halt übelst aufpassen. Ja, doch, doch. Bei Limit ist schon offiziell, Leute. Es war nur ein Scherz. Es macht immer so Spaß, Scarface zu verunsichern. Ich wusste das gar nicht, dass es schon offiziell ist. Ja, jetzt weißt du es. Scheiße. Aber Limit spielt nicht, nein, in die E-Slam-Meisterschaft. Das ist schon sehr, sehr traurig, ne? Also, wenn ich das sage, er will einfach nicht. Was? Ja, krass, ne? Hat einfach keine Lust. Wie, er hat keine Lust? Ja, hat einfach keine Lust. Wait, der lässt ja euch hängen. Ja, war ausgemacht, dass er spielt, aber er hat keinen Bock. Also, ich hoffe, das ist jetzt nicht dein Ernst. Nein, es ist tatsächlich mein Ernst, sonst würde ich es nicht sagen. Aber die Irelia hinter dir flasht. Der Lee hat keinen Flash mehr. Ich weiß nicht, ob die Akali auch geflasht ist. Das ist tatsächlich gar nicht so schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Die 2-0 und die Irelia nimmt mich immer noch. Ich muss mir da einfach ein bisschen chillen, oder? Was ist der beste Pick gegen Akali? Ich kann gegen diesen Champion nicht spielen. Ja, klar. Ich verstehe nicht, was man gegen diesen Champion machen soll. Aber sie ist halt sehr, sehr stark mit Contra. Krass, dass die Irelia mich immer noch so nimmt, ne? Das ist halt wirklich Irelia. Boah, ey, das ist schon krass, was sie mit mir macht hier. Krass, krass. Kommt da irgendwo hin. Die diift nicht einfach, ne? Kann nichts machen. Wow. Das ist ein Cloud-Drake, das ist jetzt nicht so schlimm. Nice, gut up. Ich habe noch eine Ulti. Hat die Ulti? Ja, die hat keinen Ult, ne? Ah, okay. Boah, wie ich gerade die Botline gerne ult. Ein Bot-Wave. Ah, Diamonds. Das ist vielleicht die Wit-Wave-Ulten, wenn du nicht wirst. Das ist für dich gut. Ja. Eigentlich sollte der Egg oder hinlaufen. Boah, das wird jetzt hart für mich. Der hat zwei Kills gekriegt. Ich habe nicht gesehen, dass der Raka da noch in der Busch ist, ne? Tja, also ich bin wieder mal wieder doomed gegen Akali. Ja, wir können auf jeden Fall was machen, ja. Diese Irelia, ne? Ah, ich bin tot. Ach man, was macht der die hier? Nee, kommt runter, ja. Das ist einfach, dieser Champion ist einfach so broken. Das ist unglaublich, ey. Ich würde mich da so aufregen über Akali, würde ich sagen. Hey, 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 hey. Oh, das war gut von Echo. Nice, schön. Ja, mein, das ist ein Räder hier mit mir gemacht. Das ist doch nicht besser. Proxy dich, ey. Ja. Ich kann mal hochkommen, wenn du gerade Zeit hast. Hat er keine Stacks gerade. Hat die Ulf? Ja. Ist du in der Raum? Dafür bin ich da, du. Ja, die Akali kommt hier runter. Könnte wahrscheinlich druck sein. Ja, die Akali ist fast da und hat Ulf. Das ist fein. Das ist schlimmer als gedacht. Das war ja riesig am Smurfing. Ja, die Relia hat TP. Hat die geultet? Hast du das? Hm? Die Relia hat geultet, ja, ja. Die Relia hat geultet. Zei hat geflasht, oder? Die nehmen unten den ganzen Turret. No! Das ist not very good at all. Kann sein, dass die, also sie müssen sich beeilen, ne? Die können aus der Mitte hochmogen vielleicht. Ja, mein Echo kommt. Okay, da kommt ein TP. Da Kali. Hat kein Ult, glaube ich, ja. Oh, nice one. Very, very nice one. Über aufpassen. Sie haben wir killt. Das wäre aber ein Furner, wenn ihr gehabt habt. Die könnte den gerade schon mal machen, ne? Ja, wir können den nicht contesten. Echo ist bei Golems. Äh, Ocean Map. Spawned. Vielleicht kann ich hier den Top mit Tower sneaken. Hat der Kali kommen? Ja, ja. Ich gehe raus. Das ist sogar richtig krass. Ob ich die Relia killen können soll? Die hat noch keine Triforce, hat aber Ulti. Der Echo das nicht gesehen hat, dass die Relia da intet, ne? Ja, dafür haben wir ja dich. Das ist das, das wachsame Auge des Teams, ja. Ich liess ja Rakan, dann gestorben, heißt Execute. Kann ich dir auch nicht sagen. Von sich ist die Relia intet aber gut rein. Ja. Ich bin halt sehr strong. Das ist mit der Akali aber auch. Ja, ja. Die können, die können dich sehr, sehr leicht überfahren. Kann aber Waves flieren. Das ist klar durch, ja, ja. Das ist, glaube ich, abbrechen, oder? Nee. Oh, die Kassio Ulti. Ah, der ist actually weg. Krass. Ah, das ist wahrscheinlich Game hier. Nee, wir haben. Aber wir sollten noch probieren, weiter zu spüren. Ich kann ja mal zu demoven. Aber die killen uns beide, glaube ich, oder? Kein Ult gerade. Ah, wir fighten gerade top, ne? Ich bin nochmal bei. Ich glaube, es ist aber auch der einzige Champion, der Presence of Mind wirklich nutzen kann, oder, Akali? Das neue. Nee, Mana Champions könnten ich halt auch. Bryce zum Beispiel, Conqueror, Cassio. Aber Tino kriegt oben vielleicht den... Ja, sieht nicht so gut aus tatsächlich. Irgendwo in die Outfit. Sai hat noch keinen Ult, ne? Das heißt, ich würde gleich mal kurz auf die drauflegen. Na, ich gehe einfach auf die drauf. Das dann wirst du nicht überleben. Ich glaube, Ekko ist tot. Akali sollte wieder Ulti haben. Wow. Die hat noch die zweite Instanz. Nice, schön gemacht, schön gemacht. Das war wichtig. Leider ist der Ekko halt wieder gestorben. Man, wir können den fighten, wenn die Akali down ist. Ja, müssen wir versuchen. Sai hat keinen Flash. Nee, halt, als es sofort zu können. Und beide wieder da dafür. Ja, ja, ja. Wir können uns halt die Kontrolle holen, ne? Das ist halt das einzige, was wir machen können. Leider. Nee, ich habe die Rille, ne? Okay. Und das Action. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich mit da reingehen. Wow. Oh, die chasen da den Radio? Das können wir fighten? Ja, gut. Hat sich ein bisschen angeschlagen jetzt. So, ich komme langsam dazu. Oh mein Gott, hier ist der Akali. Akali Flash. Der Leer hat kein GA. Der aber Konkur noch nicht gestackt, tatsächlich. Nice. Die haben. Trout ist auf cooldown. Nice, Mann. Let's go. Ich kann den Break nehmen. Ach, schön. Ich habe es auch in Infinity Edge. Jetzt hauen meine Barrels richtig rein. Ich muss immer noch weiter spekulieren, dass die Dings ein bisschen intut. Ja, der Akali, die wird aber jetzt nicht mehr... Ach so, ja. Okay, die Irilla, die ist, glaube ich, jetzt useless. Die Irilla. Der spielt gut in unserem Team mit hier, auf jeden Fall. Ohne die wäre es ein sehr schweres Game. Ich habe jetzt aber Infinity Edge. Mein Damage klatscht jetzt aber richtig hart rein. Phantom Dancer ready hier. Ja, auch Double Ocean ist auch ziemlich sick. Mann, die Cassio sollte... Also, die Cassio ist auch relativ stark mittlerweile. Würdest du Rapid Fire oder Phantom Dancer gehen hier? Oder Static Shift? Phantom Dancer wahrscheinlich. Hier mal richtig guten Engagement. Ich bin Rakan. Ähm... Rakan tot. Schwierig, der Knoll-Team. Können wir das fighten? Ja. Mach mal da nochmal hin oder leid? Keine Barrels gerade. Ich habe mir Blutring gewinnt, das war nicht so smart, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie nashen werden. Ja, die müssen bitte defenden. Ich habe Blutring genossen, nashkosten. Ja, ja, ja. Ich glaube, die machen. Ich glaube, wir sind wir in Time da. Ach, damn. Okay, müssen wir chasen, müssen wir chasen, müssen wir chasen. Oh, ja, oh, ja, oh, ja. Okay, Mitte, Mitte, Mitte. In der Polen oder so. Ja, vielleicht können wir den irgendwie killen. Ich habe da gerade keinen Jump. Wann ist der? Ja, 2. Ich würde den echt gerne killen. Ich glaube, der gibt das auch. Ja, der dauert noch seine Ultien. Ich glaube nicht, dass wir es noch haben sollten. Ich nehme auch kurz den Red hier unten. Das ist die Frage, was ich halt als nächstes hole. Ja. Wahrscheinlich noch ein Attack Speed Item. Meinst du? Ich habe keine Ahnung, was man als nächstes holt. Storm Razor vielleicht? Ich glaube, du capst, wenn du Attack Speed hast. Ja, aber du hast ja nicht wirklich einen Effekt, ne? Du hast ja keinen Rapid File oder Statics, dass ich glaube, es lohnt sich so. Ja, du kriegst ja immer den Autotick mit dem Slow, oder nicht? Ja, schon. Vielleicht einfach ein GA? Ja. Und Kraldi ist erstmal gesund. 1 für 1. Oh, das ist schade. Frank ist ab. Die ist hinter uns. Hinter Key! Nein, komm zurück! Boah, Junge! Let's finish this! Nice, man! Holy shit! Wir haben jetzt gewonnen! Let's fucking go! Wir haben eigentlich alles gewonnen! Was ist der Game? Die gute alte Iryla. Die hast du aber ordentlich rangenommen hier. Nice, nice. Boah! Der Tristana Hard Carry. Der Echo, dieser Echo ist so insane. Ja, der ist schon echt gut. Ich hatte den jetzt schon häufiger. Das ist tatsächlich ziemlich disgusting, was der macht. Boah, Junge! Nice! Ja, man! Ich bin jetzt auch. isch. Wir gehen!